Hallo, in diesem Video sehen wir uns die ganz wichtigen Verbindungen aus Präpositionen und Artikeln an. Links findet ihr die Präpositionen an, in, bei, von und zu. Oben findet ihr die Artikel dem, das und der. Jetzt verbinden wir die beiden Teile miteinander. Zuerst steht die Präposition, dann der Artikel. An plus dem, am, in plus dem, im, bei plus dem, beim, von plus dem, vom, zu plus dem, zum. An plus das, ans, und in plus das, ins. Bei den Präpositionen bei, von und zu gibt es keine Kombination mit das, weil sie mit Dativ stehen, das aber nicht im Dativ steht. Und zum Schluss die Verbindung zu plus der, zur. Auch hier sind die anderen vier Möglichkeiten nicht möglich. Nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben also die Ergebnisse am, im, beim, vom, zum, ans, ins und zur. In der Umgangssprache gibt es viele weitere Verbindungen, die sind aber nicht offiziell. Diese acht müssen wir verwenden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. 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 Vielen Dank.